hallo ihr lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von family farm adventure ja ich habe mit euch jetzt hier mal noch den event kalender aufgemacht denn heute geht es mal so ein bisschen um die karnevals konzert karte ja die habe ich abgeschlossen bin damit gott sei dank fertig sieht man auch hier ich habe alle aufgaben erledigt und das finale war dieses wunderbare oder diese trommel mal gucken ob es hier noch irgendwo steht was das ist steht nichts weiter naja sehen wir ja in der belohnung was das ist der hauptpreis wald karneval belohnung 2022 gut da würde ich aber sagen gehen wir hübschen mal auf die karnevals karte und dann gucken wir uns die mal gemeinsam an was ich da so alles schönes fabriziert habe also das war schon eine challenge muss ich mal ganz ehrlich sagen die war ganz schön heftig also da vorwärts zu kommen junge 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 gut wir wurden hier begrüßt na also hier vorne sind wir gelandet da muss man hier schon das tor freischalten konnten hier überall ziemlich viel energie einsammeln mit diesen ballons hier konnten wir uns wunderbaren wunderbare guarana brause kochen die uns natürlich dann auch wieder energie gebracht hat und so weiter und so fort und natürlich ist unser kumpel hier auch wieder am start gut die vögelchen die habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht ja mal gucken ob ich das noch mache aber ich glaube er nicht ja dann sind wir hier oben gelandet und dann hat sich plötzlich hier alles bewegt na also das war ja wahnsinn super toll ja und dann ging es eigentlich los na es ging um ein konzert na es ging um das karnevals konzert die tiere des waldes wollten musik machen aber das hat irgendwie nicht ganz geklappt da mussten wir noten finden und tiere finden und na ja wie das alles so war und dann sollten wir nebenbei auch noch fotos machen für eine aufgabe na ja das heißt wir haben uns denn hier so ein bisschen durchgekämpft können hier alle paar minuten einfache noten einsammeln und überall waren hier diese ballons und so weiter und so fort und hier könnte man oder konnte ich die vögelchen befreien das war das was mir jetzt noch gefehlt hat dort ja da sind wir hier angekommen wir sollten musikalische inspiration sammeln ja mit dieser musikalischen sag mal inspiration konnten wir denn diesen plattenspieler befüttern gemeinsam mit den noten um dann goldene noten raus zu kriegen und die brauchten wir um gebiete freizuschalten waren so spezielle gebiete die wir freischalten sollten das hier war auch eine aufgabe wir sollten dieses regal mit den fotos füllen ne und ja da gab es ja wirklich viel zu tun auch hier über diese aufgaben ja blaue federn sollte man sammeln karnevalsmaske kopfbedeckung die habe ich im übrigen auf dann sollten wir musikalischen löwenzahn beseitigen hier diese inspiration und noten sammeln und damit konnte man mit den goldenen noten halt diese goldenen bereiche öffnen habe ich also auch gemacht ja da mussten wir hier noch die regenbäume sammeln um denn zum beispiel die karnevalstatuen wieder bunt anmalen zu können ja dann sollten wir die vögel aus den waldtrommeln befreien ja hier sollten wir die bunten bären sammeln um diese sambatänzer statu einzufärben das habe ich schon fertig ich muss ganz ehrlich sagen ich habe sie auch schon benutzt da hat man ganz viel energie wieder gekriegt zum ende hat es also hätte man gleich am anfang versuchen sollen fertig zu kriegen also da gab es dann noch eine menge münzen energie und so weiter ressourcen wieder ja und baumwagen oder wägen wie auch immer sollte man befreien naja und dann ist man halt über das öffnen der einzelnen bereiche denn jetzt zum beispiel zu einer schildkröte gekommen und hier ist noch eine tor die ich mal noch öffnen kann hier haben wir vögelchen wieder vereint und so weiter und so fort ja und dann konnten wir hier mit den federn farbenfrohe federn herstellen und damit halt die maske und die kopfbedeckung ja das war ganz schön zeitintensiv muss ich sagen muss man sich ja quasi einmal durchkämpfen hier das sind diese statuen statuen die man dann wieder einfärben sollte mit den regenbaum früchten und so weiter und so fort das sind diese höhlen gewesen da hat man auch immer ein bisschen energie wieder gekriegt und ihr hört im hintergrund diese wunderbare karnevalsmusik die wir denn natürlich durch unsere ganzen aktionen hier wieder freigeschaltet haben hier ging zum beispiel das mikrofon nicht das mussten wir auch reparieren und so weiter und so fort also das war schon sehr speziell hier diese tastaturen von dem klavier mussten wir hier wieder aufsammeln die waren weg jedes vögelchen noch wieder befreien und so weiter und so fort es hier war richtig was zu tun ist eine große map wieder gewesen ich drücke immer noch auf die ballons falls ich doch noch was vergessen habe einzusammeln ja hier eine flöte sollten war reparieren aber hier hat sich ein vögelchen doch erst mal ein bisschen eingenistet mit seinem eine und hier da können wir zum beispiel noch befreien aber ja das werde ich jetzt mal nicht machen hier war noch ein pinguinchen befreit das war sehr cool das sind super knuffig ne ja also hier quasi einmal komplett durch durch diese ganze karte gekämpft ne und ja dann sind wir hier bei diesen super süßen kumpels angekommen die wir dann auch wieder vereinen mussten da oh mein gott da gab es liebesgeschichten und so weiter und so fort ne manometer ja hier der hier zum beispiel hat sich leider verliebt in ein falsches tier und naja wie das so ist na also hinweise muss man noch finden um denn hier die noten in die richtige reihenfolge wieder zu bringen und so weiter und so weiter also da war richtig was zu tun na es ist sehr sehr energielastig gewesen jedes menü mussten wir auch noch kochen na gemüsesuppen eintopft da muss man diese pilze und ich sage mal rettiche sammeln und hier unten muss man noch ein obst barbecue machen oder frucht kebab naja wie das halt so war also das war wirklich zeitintensiv auch mit diesen federn hier ne also zeit und energielastig muss ich ganz ehrlich sagen aber gut ich habe es geschafft ich bin durch habe meine belohnung da haben wir ja gesehen gleich am anfang habe ich das platziert bei mir dass das naja diese trommel unsere kleinen kumpel hier die besucher die auf die insel kommen gleich mit fröhlicher trommel musik begrüßen ich dachte das ist ganz passig ne so wie das ja meistens an so ein touristen naja gut hier geht es ja nicht um touristen aber wenn man auf so einer insel ankommt ist ja meistens hier ist einmal so hawaii style ne wie auch immer dachte ich ist ganz passig ja ansonsten gab es denn hier diese beiden kumpels als belohnung ne hier noch zwei ballons die habe ich hier auch mit hingesetzt ne also ich denke das ist ganz in ordnung ach im übrigen von diesem bogenschieß event was ja vorher war den bogen habe ich denn auch noch gekriegt ne und natürlich auch platziert ja dann bin ich gespannt übersehen drei tage ist beziehungsweise naja der februar ist rum sagen wir es mal so das heißt wir werden sicherlich auch bald wieder erfahren vielleicht haben wir es auch schon erfahren wenn ihr das video seht was denn im nächsten monat alles passieren wird auf unserer insel gut für mich heißt das im nächsten video geht es dann wieder ganz normal weiter wir werden uns weiter durch den verdorrten wald kämpfen denn der stiefelberg ist ja immer noch das ziel da wollen wir ursprünglich mal hin ja dann werden wir uns hier noch einmal komplett rum kämpfen müssen damit wir kapitel zwei das berg geheimnis auch abschließen können ja ihr lieben so habt ihr gesehen wie die event map aussieht was es denn als finale belohnung gab ich finde es sehr sehr süß ja ich kämpfe mich hier auf meiner insel auch so ein bisschen vorwärts habe zwei häuser neu gebaut dies und dies muss halt sein ja und so werde ich das jetzt stück für stück auch weitermachen immer je nachdem was für karten man nebenbei noch bespielt oder auch nicht und ja gucken wir mal wie sich das ganze weiterentwickelt also für diesmal komme ich zum ende ich wünsche euch noch ein wunderschönes wochenende erholt euch ein wenig und ja dann sehen wir uns wenn ihr denn mögt beim nächsten mal wieder also bis dahin macht's gut tschüss und um los e e Untertitelung des ZDF, 2020